hallo zusammen heute ganz kurz und knapp der erste schritt für viele in kodi das umstellen auf deutsch das funktioniert hier oben über die einstellungen dann über interface settings und unter regional findet ihr dann die spracheinstellungen und ein wenig weiter unten wie üblich deutsch das war es fast ihr solltet unter regional auch noch die tastatur belegung ändern standardmäßig ist das englisches qwerty da könnt ihr hier unten das deutsche qwerty auswählen und wichtig das englisch qwerty abwählen muss natürlich nicht sein ihr könnt es auch lassen aber wozu braucht ihr zwei virtuelle tastaturen und damit war es das auch schon und ihr könnt kodi ganz normal wie gewohnt auf deutsch bedienen bis dahin